So, da sind wir wieder. Guten Morgen liebe Traderinnen und Trader. Nach dem verlängerten Pfingstwochenende blicken wir heute in die Märkte und zwar auf Euro, US-Dollar, Austral-Dollar, US-Dollar und den Nasdaq. Das Ganze wie immer in den Live-Charts und natürlich auch wie immer mit Raum für eigene Fragen. Das heißt, wer mag gerne den Wunschmarkt posten auf Facebook oder auch auf GoToWebinar. Gibt es ja genug Möglichkeiten und dann schauen wir uns gerne den ein oder anderen Markt mit an. Und an der Stelle auch ganz lieben Dank für die, die live zuschauen und hier schon mit den ersten guten Morgengrüßen aufwarten. Wir schauen jetzt gleich direkt rein in das, was nach dem Pfingstwochenende passiert. Zuvor bitte der Risikohinweis in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. So, jetzt muss ich mir kurz noch die Fragenfelder aufmachen, damit ich hier auch ja nichts verpasse. Und dann starten wir durch mit der Tagesplanung. Was wir nächste Woche erwarten können, hatten wir ja letzte Woche Freitag schon besprochen. Heute haben wir in der Nacht bzw. am Morgen, am sehr, sehr frühen Morgen zu deutscher Nachtzeit sozusagen Daten bekommen aus Australien. Und zwar war da der Zinsentscheid. Da ist nichts passiert. Australien leidet ja auch, wie alle anderen Länder, unter der Corona-Krise bzw. den Auswirkungen des Ganzen. Hat dazu noch einen kleinen Streit mit China im Agrarbereich. Also alles andere als schön, was dort ist. Zinsentscheidung ist so geblieben, wie erwartet ist. Der Zins, der Leitzins wurde entsprechend nicht verändert. Aber auch dort steht die Notenbank der Wirtschaft natürlich mit Hilfsmöglichkeiten zur Seite. Was sehen wir noch? Den Nationwide House-Breit-Index aus Großbritannien haben wir bekommen. Hier die Preise für die Häuser weiter rückläufig. Wir haben es gesehen, im letzten Monat waren es 3,7, 1,8 sind es jetzt aktuell. Das ist für den einen oder anderen Währungshändler möglicherweise interessant. Deswegen hier mit auf der Agenda. Ansonsten gibt es heute nicht wirklich viel an Nachrichten. Die wichtigen Nachrichten kommen dann ab morgen und dann gestaffelt wirklich bis zum Freitag durch. Wenn wir die Non-Farm-Payroll sehen, heißt also heute in den USA am späten Abend ein kleiner Einblick in den Ölmarkt. Hier kriegen wir die API-Rohöl-Lagerbestände. In der letzten Woche haben wir ja einen Zuwachs von 8,7 Millionen Barrel gesehen. Das dazu und damit schauen wir in die Charts hinein. Ich öffne hier gleich mal den Stereo-Trader mit dem MTON-Live-Signal-Add-on obendrauf. Das ist das Tool, was uns hier die Trends mit anzeigt. Und da schauen wir zuerst auf den Nasdaq 100. Ich habe hier mal erst einmal den Blick aufs große Bild gemacht. Wir sehen es hier, seitdem wir das Tief markiert haben hier unten um die Marke. Jetzt muss ich selber erst mal gucken, wo es ist genau. Das Tief war bei 6.600 und ein paar an die 40 Punkte. Seitdem trendet der Markt sehr, sehr schön nach oben. Und wir hatten ja, als wir eine Chart-Besprechung gemacht haben, schon mal hier oben dieses letzte Kauflevel um die 9.350 Punkte Marke identifiziert. Und dieses Kauflevel wird seiner Aufgabe sozusagen auch gerecht. Das heißt, immer dann, wo wir hier die letzten Tiefs hatten, die letzten Tests unten raus, haben wir immer wieder Kaufstärke bekommen. So auch zuletzt. Und schaut, was hier gerade im Gang ist. Wir haben hier oben den Deckel drauf momentan bei 9.607 Zählern. Und wir haben hier unten Käufer, die immer früher in den Markt reinkommen. Das heißt, wir sehen hier ein ansteigendes Dreieck verortet innerhalb des Aufwärtstrans. Das ist ein sehr, sehr bullischer Zeichen. Wenn der Markt hier tatsächlich drüber fliegt, ist der Weg zum Allzeithoch wirklich da. Da ist nichts mehr, was aufhalten kann. Das heißt, da haben wir ganz stark auf die Agenda hier nach 9.607 Punkten kommen. 9.755 als nächstes auf die Agenda. Das Ganze gucken wir uns mal im kleineren Bereich noch an. Gehen wir hier mal ganz kurz in den Stunden-Shutter. Sehen wir, dass der Markt tatsächlich oben drüber lupfen möchte. Er testet den Bereich oben immer wieder an. Und wie ich schon gesagt habe, wenn es hier zur Debatte geht, dass der Markt nach oben wegfliegt, dann haben wir den Weg nach oben definitiv auch frei. Im Falle eines Abpralls sollte er wirklich kommen, da gibt es natürlich auch Rücklaufpunkte. Die Rücklaufpunkte müssen wir hier auf der Uhr haben. Im kleinen Bereich wäre das hier mal unten diese Marke um die 9.500 und ein paar 1.60. Hier zwischen 58 und 65. Schaut mal, da haben wir diesen Bereich hier, diesen Kaufbereich, als der Markt hier hin und her geschwungen ist. Das hat hier im kleinen Bereich auch immer wieder gehalten. Das wäre mal der erste Anlaufmarker. Und wenn wir dann ein Stück weit nach unten gucken, je nachdem, ob und wenn ja, wie weit die Ausdehnung kommt, dann haben wir hier den Kaufbereich hier unten um die Marke von 9.484 Zählern, beziehungsweise im weiteren Falle hier die 9.385 Punkte Marke im kleinen Bereich. Dann natürlich auch anzuschauen, was ist denn hier in der letzten Bewegung nach oben passiert. Und dann müssen wir uns nach unten hin die Orientierung im kleinsten Bereich auch suchen. Wenn es nur ein kurzer Rückschnapper wird, hier innerhalb vom Dreieck, da haben wir hier unten die Marken um die 9.540 beziehungsweise 9.508 und hier unten die 9.494 Punkte Marke liegen. Und das sind die Marker, die sehen wir schön auch in den Kleinstzeitenheiten. Das heißt hier im 5-Minuten-Trend, wartet mal, da mache ich mal kurz die Trenderkennung raus, die stört uns hier nur. Das sind die Marker, die wir hier sehen. Ich zoome es mal kurz etwas kleiner, also schaut es hier. Das sind die Anlaufpunkte, die wir im 5-Minuten-Chart auch sehen. Hier diese Punkte, das sind die Anlaufbereiche. Hier sieht man es auch ganz gut. Hier und hier und hier. Diese Stellen, die ich gerade in der Stunde ein bisschen gesucht habe, die sieht man in den kleinsten Zeiteinheiten natürlich sehr, sehr schön. Und das sind die Marker, da muss man drauf schauen. Wenn man im kurzfristigen Bereich arbeitet, auf der Unterseite, sollte es hier tatsächlich zu einem Abprall kommen. Momentan schaut es noch nicht so aus. Wir bleiben oben drüber. Jetzt müssen wir schauen, wie der Rücklauf weiterkommt, wenn er denn kommt. Das heißt, wenn wir hier tatsächlich nur ein kurzes drüber lupfen sehen und dann erst mal die Korrektur sehen, das wird dann interessant, dass wir uns die unteren Marken anschauen, die ich gerade besprochen habe. Ansonsten, wenn wir hier wirklich nur kurzen Rücklauf bekommen, der Markt dann direkt wieder hochdreht, wäre das der Rücklauf, den wir hier sozusagen in der Stunde um den Ausbruchsbereich sehen. Und da sind wir alles absolut im grünen Bereich. Also der Nasdaq ist wirklich auch sehr, sehr bullisch unterwegs. Wir sehen es, der Markt will hier oben drüber Richtung Allzeithoch. Und nach dem Allzeithoch, da ist der Weg ja offen. Da gibt es keine Widerstände an der Stelle. Das heißt, an diesem Punkt gut und gerne oben einiges mitzunehmen. Also ordentlich Potenzial auch auf der Oberseite. Wenn wir uns hier mal den Tagesschart auch anschauen, eine große Unterstützung ist dann natürlich, sollte es doch mal irgendwann wieder zum Rücksetzer kommen. Hier das letzte Ausbruchslevel aktuell hier unten, um die 9.350 Punkte Marke im Nasdaq 100. So, das wäre es hier. Und jetzt gehen wir in die Währungen rein. Wunschmärkte haben wir übrigens auch schon bekommen. Das sage ich jetzt gleich. Wir schauen in Kürze auch auf britisches Fund, japanisches Jelen. Australdollar, japanisches Jelen ist ja auch schön durch die Decke nach oben gegangen. Also wir sehen momentan wieder schöne Bewegungen. Und diese Bewegungen, die nutzen wir natürlich auch zum Traden. Und eine solche Bewegung schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar ist das die Dynamik, die wir hier aktuell sehen im Australdollar, US-Dollar. Schaut euch den Tagesschat mal an, was hier passiert ist. Der laufende Aufwärtstrend hat es tatsächlich geschafft, hier ordentlich mit Dynamik gestern über diesen alten Verkaufsbereich drüber zu laufen. Und den hatten wir ja identifiziert. Das war schon ein Widerstand. Auch hier unter diesem Widerstand kurz das Halten. Und gestern hat es dann ordentlich geknallt in den Märkten. Mit massiver Dynamik ist der Markt oben drüber geflogen. Ich zoome das Bild jetzt mal ein bisschen näher ran, damit wir sehen, was hier los ist. Das heißt, im Tagesschat sehen wir es gut. Hier sind die kleineren Verkaufsbereiche ordentlich rausgenommen worden. Und der Markt will einfach nach oben. Er strebt nach oben. Nächster Anlaufpunkt haben wir hier sehr, sehr schön im Tagesschat erkennt sich hier diese kleine Schulterkopf-Schulter-Formation, die wir hier gehabt haben im Markt, die hier deutlich dann zu Kursverlusten geführt hat. Da ist die Nackenlinie da. Diese Nackenlinie befindet sich um den Bereich ganz knapp von 1,68, 4,70. Und wenn die als nächstes nicht als Widerstand zählt, sondern dass dort auch Kauforders warten, dann haben wir die Dynamik vollendet und dann können wir deutlich nach oben weiter durchstarten. Wohin? Das sehen wir hier, wenn wir mit Blick auch auf die älteren Charts laufen. Hier, schaut euch das mal an. Hier haben wir ein Kauflevel, also ein Rücklauflevel sozusagen. Das war das Hoch der zweiten Schulter um die 0,69, 3,40. Und dann haben wir schon hier oben, schaut mal hier, das der Trend oder das Zwischenhoch hier um die 0,70, 3,1. Und wenn ich jetzt noch etwas näher zusammenraffe, werden wir sehen, das nächste Zwischenhoch haben wir dann hier um die Marke von 0,70, 7,8. Das sind die Marke auf der Oberseite, die wir durchaus ins Visier nehmen können mittelfristig, wenn wir hier oben diese ehemalige Nackenlinie der Schulter-Kopf-Schulter-Formation der kleinen hier drüben tatsächlich überschreiten und den Weg nach oben fortgehen. Bis dahin ist noch ein bisschen Luft, deswegen gucken wir uns das gleiche mal noch in der kleineren Zeiteinheit an hier im Stundenchart. Und ihr seht, es macht manchmal auch Sinn, dass man sich den Tagesschart anschaut. Ich komme hier in diesem Chart im Stundenchart gar nicht so weit zurück, wie ich will. Das heißt, was wir hier sehen, ganz klar im Stundenchart, ist natürlich jetzt der Auflauf hier nach oben, der Anlauf nach oben. Hier sehen wir schön nach oben laufend auch den letzten Bewegungstrend. Der ist schön intakt. Hier haben wir den letzten Arm, das dickgrünige Kennzeichen ist der letzte Bewegungsarm und hier der letzte Schub nach oben. Und wenn wir hier tatsächlich jetzt den Sprung oben drüber sehen, über dieses Zwischenhoch, da ziehe ich mal kurz die gestrichelte Linie hier mit oben drüber, also hier über die Marke von 0.68.1, da oben drüber laufen, dann wäre das die Fortsetzung dieses Bewegungsarms. Wenn wir allerdings in die Korrektur reinlaufen, das heißt hier unter dieses Tief drunter, also hier unter diese Marke, hoppala, wir nehmen jetzt mal das, hier schaut mal, wenn wir hier unten drunter laufen, dann haben wir eine Abwärtsdynamik und dann haben wir die Wahrscheinlichkeit, dass wir Korrektur sehen. Anlaufseiten oder Anlaufpunkte in der Korrektur, im Kleinstbereich hätten wir natürlich hier auch wieder da. Und da schauen wir uns die Unterseite eben mal ganz kurz an. Also der erste Marker, der hier tatsächlich wichtig ist, wenn wir hier unten drunter laufen, dann nehmen wir halt auch dieses Ausbruchslevel, dieses Stundenkauflevel raus. Und dann wäre mal der nächste Punkt unten, die 0.67, knapp 2 hier, dieses Schwunglevel wäre der nächste Anlaufpunkt zur Unterseite hin, die wir dann planbar mit reinnehmen können, beziehungsweise hier dann das Kauflevel, was wir auf der Tagesbasis auch gesehen haben, der Unterstützungsbereich, der jetzige Unterstützungsbereich um die 0.66, 700. So, das hier dazu sehen wir im Austral-Dollar, US-Dollar mit dem Blick zur Unterseite. Und damit starten wir zum nächsten Markt, nämlich hier Euro, US-Dollar. Schaut euch das mal an, was wir hier sehen, absolut den Schub auch nach oben, was wir unten alles rausgenommen haben. Da sind auch noch die alten Widerstände drin. Ich habe die mal mit Absicht drin gelassen, damit wir sehen, mit welcher Dynamik der Markt hier ordentlich nach oben fliegt. Das ist echt ein richtiger Schub, ein ganz klassischer Bewegungsdruck nach oben. Und schaut mal, wo wir herangelaufen sind. Wenn ich das mal heranzoome oder zur Seite zoome, dann sehen wir natürlich hier, schaut euch das mal an, oben, die Marke von 1,11, 4,7, 5. Da oben, da steht der Markt jetzt direkt davor. Da sind wir auch schön nach oben getrendet, haben hier das Level um die knapp 1,10 ordentlich rausgenommen. Und wenn wir jetzt hier tatsächlich oben drüber fliegen sollten, also über die Marke von 1,11, 5, das hatten wir ja in der letzten Chartbesprechung, hatten wir ja genau dieses Level auch als Widerstand identifiziert. Hier sehen wir es, da stehen wir dran als Anlaufpunkt. Da hat der Markt jetzt so ein bisschen drunter. Hier gab es am Freitag den Anlauf wieder zurück, gestern den Anlauf wieder etwas zurück. Wenn wir jetzt tatsächlich den Schub finden, die Kraft, das Ganze nach oben rauszunehmen, hier über das Zwischenhoch drüber zu laufen, dann wäre mal der nächste Anlaufpunkt hier oben, die Marke von 1,12, 3,6, 5, dieses Zwischenhoch. Das ganz klar auf der Agenda. Wirklich viel liegt da nicht mehr dazwischen. Wenn man da was finden möchte, dann hat man hier in diesem Bereich irgendwo die Marke hier zwischendrin liegen, noch dieses kleine Cluster hier um die Marke von 1,11, 9, das als kleiner Anlaufpunkt. Ansonsten der Weg nach oben hin, dort dann frei. Schauen wir uns das Ganze mal kurz noch im Stundenchart an. Sollte es nämlich zu einem Abprall hier oben rauskommen, dann wird als erste Sicht die Marke von 1,11 sehr, sehr wichtig. Das heißt, an dieser Stelle fallen wir tatsächlich unter die 1,11, haben wir hier einen kleinen Abwärtstrend am Laufen. Wenn wir uns mal potenzielle Anlaufpunkte dieses Trends zur Unterseite hin anschauen, dann haben wir ganz klar unter 1,11 ist der Weg erst einmal hier frei in Richtung dieses Zwischentiefs bei 1,10, ja was haben wir 1,10, 8, 0, 7 haben wir hier unten dieses Tief, beziehungsweise hier der kleine Schwungbereich um die 1,10, 6, 75 und dann können wir schon uns Tiefe orientieren. Das muss man erstmal sehen, aber die kurzfristigen Anlaufpunkte, das wären auf der Unterseite mal ganz klar hier wichtigerweise die Marke von 1,11 und darunter dann die 1,10, 8, 0, 7 beziehungsweise die 1,10, 6, 75 im Euro US-Dollar. Und damit habe ich auch noch etwas Zeit jetzt die Wunschmärkte auch anzuschauen. Einen Wunschmarkt haben wir da an dieser Stelle, heißt also hier britisches Pfund japanisches Yen. Das gucken wir uns direkt mal mit an. So, britisches Pfund japanisches Yen, da haben wir es, da ist es da, hier ist es drin. Wartet mal, ich nehme mal kurz den gleitenden Durchschnitt noch mit raus. Genau, den brauchen wir hier nicht, kurz einen Augenblick. Der stört uns hier nur. So, Indikatoren und dann einfach mal löschen. So, gut, ist er weg, jetzt ist er weg. Wir gucken uns den britischen Pfund japanischen Yen mal an. Wir sehen im Wochenchart eine sehr, sehr starke Dynamik nach oben laufen. Ich lasse den Wochenchart mal kurz offen, weil der wichtig zur Besprechung ist. Da stehen wir nämlich gerade vor zwei sehr wichtigen Marken. Schaut mal hier, das war die große Abwärtsdynamik nach unten. Hier ist der Zwischentrend, dieser kleine Zwischentrend, nach unten hin rausgenommen worden. Das heißt, der Tagestrend ist ganz klar wieder aufwärts gerichtet. Und jetzt der Blick mal kurz in die Woche, bevor wir in die kleineren Zeiteinheiten reingehen. Hier oben, diese Marke von 1,3542. Das war mit Blick auf das, was wir hier sehen, ein wichtiges Level. Da ist der Markt nämlich zweimal herangelaufen und hat immer wieder abverkauft. Hier wird es interessant zu sehen, kommen wir mit Stärke rein, dann haben wir richtig gute Chancen, die 1,35, die 135, 7,4 oben rauszunehmen und uns dann deutlich weiter nach oben auch auszustrecken. Also wir haben hier viel, viel, viel Potenzial zur Chart-Oberseite da. Und hier sehen wir auch, wie sich das Ganze, was wir gerade in der Woche gesehen haben, auf Tagesbasis sozusagen ummünzt. Schaut mal, wir haben hier entsprechend jetzt den Aufwärtstrend schon laufen. Ich bediene mich jetzt mal dem Zeichenwerkzeug nicht, dem Tool. Schaut mal, hier hat man die erste Bewegung nach oben, dann die korrektive Phase. Und hier hatten wir ja auch schon die Frage, ob der Abwärtstrend gebrochen ist oder nicht. Und bis hier war er halt nicht gebrochen. Aber jetzt sind wir hier über das Zwischenhoch drüber gelaufen. Und der Aufwärtstrend, was ich jetzt hier blau markiere, der ist jetzt sozusagen richtungsführend. Und der hat durchaus wirklich jetzt das Potenzial, diese beiden Linien hier rauszunehmen. Das heißt, dieses Widerstandslevel so ganz grob zwischen 135,4 und 135,57 rauszulaufen bzw. rauszunehmen aus dem Markt. Und dann weiter die Ausdehnung nach oben ran zu forcieren. Und wenn wir uns das Ganze mal auf Tagesbasis anschauen und dort mal noch Marken suchen, die wir als Zielbereiche annehmen können. Wenn wir tatsächlich dort oben rausgehen, schaut mal. Und dann haben wir hier unten ganz klar, wenn wir uns mal die Swing Highs angucken, hier wenn wir uns mal auf das beziehen, hier auf diesem Weg nach oben hin, dann haben wir ganz klar zwei Level jetzt vor uns. Und zwar hier einmal diese Marke ganz knapp um die 1,37,2 hier in diesem Bereich. Und dann dieses kleine Zwischenhoch um die 1,38,7. Das ist das, was wir nach oben da haben. Das wird sehr, sehr, sehr spannend. Ich schaue mir das heute auch mal über den Handelstag drüber an. Mal schauen, vielleicht bekommen wir da morgen auch eine schöne Handelsidee herausgezaubert. Wir müssen mal sehen, wie sich das Ganze hier oben verhält. Kommt es zu einem Abprall, müssen wir natürlich die Unterseite beleuchten. Aber aktuell sieht es nach oben hin sehr, sehr bullisch aus. Jetzt wird es halt wirklich wichtig und spannend, was passiert hier oben um das Widerstandslevel. Ich ziehe die Linie hier mal ein bisschen dicker noch. Also dieser Bereich hier, das ist jetzt der Widerstandsbereich. Den gilt es zu überschreiten. Wenn wir hier keinen Widerstand sehen, sondern wirklich eher auflösende Positionen. Da kommt Kaufnachfrage, also da kommt die Nachfrage nach Stücken, nach britischem und japanischem in den Markt. Und das könnte dann für einen ordentlichen Schub nach oben sorgen. Und da haben wir ordentlich Potenzial nach oben hin. Da können wir sogar noch weiter gehen. Aber das wird vielleicht morgen in einer separaten Besprechung sehr, sehr interessant. Müssen wir mal so ein bisschen abwarten, wie der Handelstag verläuft. Gut, das zu den Fragen. Fragen, weitere Fragen habe ich hier nicht. Dann gucken wir noch mal kurz auf unseren deutschen Light Index, den DAX. Der ist ja auch sehr, sehr schön nach oben unterwegs hier. Die US-Märkte geben ja schön die Richtung vor. Wir gucken mal auf den DAX. Schaut es euch an. Wir sind sozusagen schön dynamisch nach oben gelaufen. Wir sind über die wichtigen Level weg. Und wir machen jetzt das, was ich schon mal avisiert hatte. Wir nehmen hier Kurs in Richtung dieses Zwischenhochs hier um die Marke von 12.280 Punkten. Wichtig jetzt für den kurzfristigen Bereich. Was passiert zum Markteröffnung? Also in 10 Minuten. Knapp 10 Minuten haben wir es ja soweit. Was passiert hier am Zwischenhoch oder am Hoch dieser Kerze hier? Das ist die Tageskerze von gestern, wenn ich das richtig sehe. Hier unten, die hier drinnen steht. Wartet mal. Das war tatsächlich genau. Also hier, wenn wir hier oben drüber gehen, über das Vortageshoch, das wäre der wichtige Punkt. Dann, ja, dann ist der Weg nach oben hin Richtung 12.280 Punkte Marke wirklich auch in greifbarer Nähe. Die 12.000 Punkte Marke wird dann wahrscheinlich in den Fokus der Trader kommen. Und wie schon gesagt, hier ist es halt wirklich wichtig. Wir sehen jetzt hier ein Verharren auf relativ hohem Niveau. Im kurzfristigen Bereich könnte es unter Unterständen doch dazu kommen, dass wir hier ganz knapp unten drunter mal durchgehen. Also das heißt, wenn wir tatsächlich hier unter dieser Marke von ungefähr 11.854, 555 Punkte fallen sollten, dann könnten wir hier unten in diesen Kaufbereich reingehen. Diese Marke, die wir hier sehen, also dieser Bereich. Ich zeige mal hier das Ganze im Chart. Also dieser Bereich hier unten, dieser ehemalige Widerstandsbereich, der ist natürlich jetzt zu einem Support geworden. Und dieser zählt entsprechend auch. Und wie schon gesagt, wenn es unter dieser Marke drunter gehen sollte, dann müssen wir uns so ein bisschen unten drunter orientieren. Und da gibt uns der Chart hier im Stundenbild natürlich auch schöne Marke, schöne Anlaufpunkte. Das heißt, wenn wir uns das Ganze mal nach unten anschauen, wo wir Unterstützungspunkte haben aus rein, sage ich mal, trendtechnischer Sicht, dann ist es hier unten die 1.648. Aber wer weiß, ob es überhaupt so weit reinläuft. Weil diese starke Bewegung, die wir hier nach oben hatten, selbst wenn wir dazu eine Gegenbewegung sehen sollten, die gibt uns erst einmal den Lauf hier an. Und wenn wir uns das Ganze mal in dem 5-Minuten-Chart anschauen, dann sehen wir, haben wir halt aus dieser Richtung heraus hier auch noch einiges an Marken liegen, die zwischendrin zu nehmen sind. Das heißt, wie schon gesagt, dieser Kaufbereich hier, wartet, ich lege euch die Linie mal rein, also hier unten ganz knapp diese Marke von 11.832 und wenn es da drunter dann gehen sollte, dann haben wir hier unten, schaut mal, dieser Bereich hier als nächster Anlaufmarke, also etwas über 11.708 Punkte. Der Bereich haben wir als Unterstützung auch mit da. Gut, das dazu. Dann sage ich mal, schauen wir einfach mal, wie die Märkte jetzt eröffnen. Ein paar Setups sind da. Mal schauen, was wir daraus machen können. Die Planung obliegt jetzt jedem Trader, wie ihr das Ganze im Einstieg und im Risikomanagement macht. Haltet euch dran, dann passt das Ganze auch. Ich freue mich auf den heutigen Handelstag. Ich hoffe, der eine oder andere hat eine gute Idee bekommen. Empfehlen Sie uns weiter. Und ich sage bis morgen dann, wenn wir uns wiedersehen. Dann gibt es den Blog-Eintrag auch vorher. Jetzt mache ich den Blog-Eintrag gleich noch fertig für alle anderen zum Nachlesen. Ansonsten einen schönen Tag. Und 8.30 Uhr geht es morgen wieder in die Live-Besprechung. Ich freue mich drauf. Tschüss. Ich freue mich drauf.